Ok Leute, wir halten euch einen Gegner auf Distanz. Wir sind hier gefallen, ja er kommt auf uns zu. Das Erste, er wird natürlich hier links rechts kommen wollen. Wir müssen uns natürlich bewähren, das Erste was er macht ist, auf sein Schienbein oder Knie zu treten. Von hier, boom, richtig rein. Und wenn wir sehen, er geht ein bisschen vielleicht zurück hier. Mit dem Arsch hoch, runter, hier raus, hier schützen, ready sein. Und wenn er kommt, nehmen wir ihn auseinander. Komma, von hier, boom, in die Fresse treten, scheiß auf. Nein, natürlich schlicht ready sein, schlagen, abhauen. Ihr wisst Bescheid, ciao, ciao.